Hola, Nana Sturm hier auf dem Kanal MatriWissen und heute wird hier Geburtstag gefeiert. Ja, nicht mein Geburtstag, der ist gerade schon vorbei für die, die es interessiert. Das war am 26. Oktober. Ja, ich bin ein Skorpion. Ihr habt es euch gedacht, oder? Geburtstag heute hat tatsächlich mein Kanal MatriWissen. Ein Jahr lang mache ich das schon. Ein ganzes Jahr gibt es hier jeden Freitag matriarchale Infos, Matriarchale Interviews und ja, ich kann es kaum fassen. Also es ist tatsächlich, es ist nicht nur einmal die Woche, es ist eigentlich sogar mehr, wenn man jetzt guckt. Ich habe ungefähr 90 Videos gepostet mittlerweile in diesem einen Jahr. Also deutlich mehr als einmal die Woche. Und wir gucken jetzt hier zur Feier des Tages mal einmal rein, was war denn los auf dem Kanal in diesem Jahr. Viel Spaß! Leuchtet, tanzt und liebt euch! Ich muss sagen, ich mache die Arbeit an diesem Kanal unheimlich gern. Es ist natürlich auch anstrengend, es geht unheimlich viel Zeit und Energie da rein und auch Geld. Ich habe Fahrtkosten, ich habe Technikkosten, ich habe immer noch keinen vernünftigen Arbeitsplatz und bin da also auf Hilfe von Freunden immer angewiesen. Ich habe kein vernünftiges Licht, kein vernünftiges Stativ, ne, 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 so diese ganzen Sachen. Und das alles führt dazu, dass es jetzt soweit ist, dass ich euch bitte, wenn ihr wollt, dass es hier weitergeht mit dem Kanal MatriWissen, dann brauche ich eure Unterstützung. Dies hier ist ein Spendenaufruf und ja, geht direkt am Rechner, ach seid ihr schon oder am Handy, ist mir ja auch egal, so macht eine Online-Überweisung, fertig, an den Verein MatriWahl, das ist das Gute. Ui, 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 die ersten Kobolde hinter mir spenden schon. Genau, mit dem Verein MatriWahl habe ich ja in diesem Jahr auch zusammengearbeitet und über die kann also auch die Spendenaktion laufen. Das ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, das heißt, es gibt Spendenquittungen. Als Betreff schreibt ihr bitte einfach Nana Sturm oder MatriWissen und dann kann MatriWahl das klar zuordnen, diese Spende ist also für den Kanal, ist für Nanas Arbeit, ist ja für das nächste Jahr MatriWissen. Genau, ansonsten denkt dran, abonniert den Kanal, liked, schreibt auch gerne Kommentare, macht euch hier sichtbar und ich freue mich drauf, wenn wir uns, nee, in der nächsten Woche sehen wir uns gar nicht, weil jetzt kommt es zum einjährigen Geburtstag des Kanals, werde ich mir eine Woche frei nehmen. Ja, wirklich so richtig frei, also nächsten Freitag gibt es hier gar keine Sendung. Hui. Aber danach wird es wieder weitergehen, also zumindest, wenn von euch auch ein Signal kommt, dass das gewünscht ist. So, ja, das war's hier für heute. Und wie so oft in diesem Jahr verabschiede ich mich mit, sei laut und sei leise, sei Schatten und Licht, sei albern und weise und fürchte dich nicht. Hola.